Hallo und herzlich willkommen, verehrte Zuschauer, zu einer weiteren Folge TTT mit dem Knolli der Azaris, dem Kate in the Games, dem Rex und dem herzen Erd General. Dem Kate in the Games? Ernsthaft? Kate? Kate? Was? Habe ich nicht versprochen? Oh, das tut mir leid. Tim, Tim, Tim war es. Ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn. Du hast nicht ernsthaft Kate und wieder während der Ansage... Nein, nein, Tim war es. Ich habe ihn getötet. Was? Okay, aber es wirklich. Ich habe ihn so lange Kacke. Also, Rex ist proven. Moment, wer ist das da drin? Hallo? Kate ist in die Lava gerannt. Und Tim hat wahrscheinlich mit deinem Trink-Provater erledigt. Es ist heute einfach nicht mein Tag. Entschuldigung, Kate. Oh, es ist Maragte. Moment. Es ist Azaris. Es ist 100%ig Azaris. Ganz wahr. Ich stehe hier in der Ecke und bestaune ich, wie es ist Maragte. Du weißt, Azaris ist Detektiv. Ich bin es nicht, weil ich es weiß, dass ich nicht bin. Und Rex hat das Recht verschossen. Okay, komm her. Ja, okay, ich komm her. Ja, ich versuch's. Erschieß mich und du musst sehen. Ja, komm her, komm. Erschieß mich, Innocent. Stopp. Aufhören. Aber sofort. Und ich weiß nur, wenn... Wow! Caro? Oh, du musst Traitor sein. Oh, vielleicht auch nicht. Aber egal, ich bin... So naiv, ey. Also, ich finde, der Ölschwein ist mir gerade eine Entschuldigung fällig, ne? Schön. Du hast mich auf dich. Ich hab wieder alles aufpassen. Ich hab nicht mal auf dich geschossen. Okay, dann war's mit Chaos von hinten. Hä, gar nicht. Wer hat mich dann noch... Ich hab keinen Schuss abgeschossen, Magik. Mein Leben ist so scheiße, heute. So unnötig. Ich wurde gerade hinterrückst erschossen als Innos von einem Innocent. Ja, ich hab Karma verloren. Ich stebe hier auf dem Tod. Ich hab unter 10 Karma voll und ich tot. Ich hab Karma hab ich irgendwie tot. Oh, ich bin volles Karma. Hier. Ich muss mein Karma, aber richtig. Hey, ich hab' 936 Karma. Mein Leben ist halt so unnötig. Warum? Nein, ich darf nicht. Ich darf einfach in die Lava. Oh, tatsächlich. 936. Knolli? Ja? Knolli ist tot. Knolli ist tot. Ich hab Knolli. Oh, fuck. Ich hab Knolli. Ja, du hast Glück gehabt, Azaris. Oh, Kate. Kate? Ja? Kate? Oh Gott. Azaris, geh weg. Was denn? Ich versuch hier dann noch. Geh weg. Ich will Knollis Traitor-Leiche zu Azaris, zu Kate bringen. Zu mir bringen. Was soll ich damit? Der kann doch Quiddets haben, eventuell, wenn er noch nicht gekauft hat. Kann man? Geht das? Azaris, hau mal ab hier. Nein. Ich will es jetzt wissen, wie es funktioniert. Aua! Wenn du... Nein. Alter, hast du mich grad random gekillt? Ja, ja, klar. Weißt du? Marco Till killt leider einen Traitor und der letzte ist die Tech-Div. Ich weiß, dass ich innocent bin. Ich will ja nix sagen, aber Marco hat letzte Runde auch einen Traitor gekillt und war selber Traitor. Also ja, du hast random gekillt. Was hast du gemacht? Ist das keinem Aufbruch? Alter, das ging mir einfach... Das ging voll an mir vorbei. Was hast du gemacht? Ja, der hat seine Ratterkollegen getötet. Du dreckige Drecksau. Ja, und ihr sagt, ich sei Schwerter, bloß wird er ein Schwerterkind. Hallo? Nee. Also, Rex. Sorry. Ich bin nicht da drauf. Das ist die absolute Entfernung. Alter, wer hat mir hier grad die Schrotflinte weggenommen? Die wollte ich haben. So? Du hast... Oh, jetzt bin ich detektiv. Okay, ich hole die goldenen Tügel rauskommen. Alle an die Wand. Immer ruhig. Was sind das? Sind das Lampen? Hosen runter. Los, Rex. Hose runter, Rex. Aber sofort. Die Hose runter. Wieso mach ich denn die Hose runter? Wollte ich sagen... Oh Gott. Mama! Was ist passiert? Oh nein. Oh Gott, wenn jetzt gleich wieder der Slender kommt, dann kriege ich einen Anfall. Ja, aber wie ist denn gerade... Wie macht... Wie ist denn gerade das Licht ausgegangen? Es gibt eine Traitor-Falle. Ja. Ich hab Angst. Ich seh nichts mehr. Rex! Mecca, aus dem ist nicht so nah. Oh Gott, ich hab gar nichts gefunden. Ich hab gar nichts gefunden, Leute. Was ist hier los? Wir müssen hier raus. Oh, Licht! Oh, Gott sei her. Alter, Alter, hi. Ah! Was ist passiert? Alter, was war das? Was war das? Rex! Mecca, aus dem Schneeball kassiert. Ja, es wird wahrscheinlich Rex. Ich bin nicht stark dafür. Nee. Ich hab gar nichts gemacht. Ich hab überhaupt nichts getan. Ich hab nur so eine scheiß Waffe. Ich hab nichts getan. Also bitte. Mein Aureo... Also bitte. Also bitte. Also bitte. Was? Erz-Oberführer? Äh, ich hab einen riesigen Leg. Okay, jetzt töte Rex. Ich hab Lex. Warum? Was hast du? Rex, was? Nee, aber... Scheine aber noch zu leben, weil ich höre, wenn ich laufe. Schon wieder? Ja, das weiß ich schon mal. Ich kann auch noch schießen, offensichtlich. Kate? Ja? Warum hast du Rex nicht gekilltet? Ja, weil ich doch nicht wusste, ob er wirklich Traitor ist. Was ist denn jetzt da hin? Wo? Was ist denn jetzt hier los? Ich würde so gerne Schnee mal abreißen. Was ist denn hier noch? Arsaris? Karos? das geht manchmal muss man einfach im leben das kann die mikrowelle eigentlich michael ja du kannst die wohl ausnutzen hat gönnen ist halt immer das ist so die detektiv ja ich bin jetzt glaube ich wieder auf der map ich weiß es nicht ja ich bin tatsächlich wieder da irgendwer von euch schwein hat mich erschossen wenn ich in blackstone hatte ich war das ich hasse dich auch das siehst du mal ich bin so was man prüft was da kommt noch mehr weil ich glaube ich nicht das ist wer ist das drüben ist ich hatte gedacht du hast ein messer in der hand ich werde verfolgen ich bin auch dafür dass ich mehr leute an als drei menschen verfolgt okay das ist doch ernsthaft dolly hat doch geschossen nein hör auf bitte lass mich ich bin nicht doch was da los ich habe doch auch nicht auf dich geschossen mensch leute was soll denn das ich glaube ich habe hunger was soll ich denn essen ich bin der pizza ja fragt nicht was möchtest du denn ich mag ich gehe jetzt raus aus diesem gang wo jedes mal wenn ich mich umdrehen die große wanderung auf suche nach noobs nein ab der suche nach shotguns aber du kannst ja auch als noobs bezeichnen du hast ein sehr markantes kate hat ein sehr markantes kind gemacht das ist okay sie darf ein kind haben das ist okay da bin ich erbrückt ein doppelkind lieber doppelkind also doppelkind da kommt da kommen ganz viele ich hasse leute ich arbeite auf jeden fall mein ex das kriegen und irgendwie etwas klein 1 weil sich immer wieder die hand gibt ja also du hast bei mir übrigens ein riesiges error schild welches aus der aus aus der dunkelheit aus der leuchten so sieht man nur deine schuhe ich will eigentlich suche ich kate kate ist versteckt ich habe kate schon gefunden ich bleib jetzt nicht bei kate ach doch mal gut hier geht es nach unten asaris schaut shoppik aus asaris schaut sogar sehr shoppik aus sie schaut shoppik aus du auch gleich warte mal alter alter der schießt hier wild um sich ich glaube ich spinn also asaris also bitte ne ganz viel nicht alter oh das hat geklappt ok das hat mich jetzt ein bisschen überrascht kate lebst du eigentlich noch oder ja ja ok gut zu wissen aber ich glaube wir sind hier sicher aber ich glaube wir sind hier sicher ich glaube wir sind hier sicher wer sind hier sicher mein führer und ich ich zeige dir den weg zum sieg ja mein führer oh gott wir werden so gehatet werden hol die spitzhacker wir brauchen lebensraum wir mussten ich glaube ich ja ich glaube auch extremeres als das statement kommt sowieso nicht mehr hey guck mal da lag einer shotgun übrigens wir sollten wir sollten erwähnen dass wir das nicht ernst machen also ich sieht man das ist ja das sss ab dahinten ist das alles ja dachte schon wieder die folge von meiner 13 minuten das macht nichts ok bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal tschüss 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 er hat aus